Willkommen zurück zu Goner in der Switch-Edition und ich komme nicht an meinen Kopf ran. Nein, 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 nein. Ich möchte genau, den Kopf möchte ich haben. Das ist mein Kopf, den will ich haben. Danke. Und damit habe ich meine Energie. Und dann möchte ich als nächstes die Shotgun. Und ich nehme, hm, Munition auffüllen. Glaube ich, macht mehr Sinn. Und wir hüpfen rein. Oh, natürlich erst mal gleich nachladen gedrückt, macht Sinn. Da oben ist was. Boah, na, haust du ab. Und back mit dir. Und jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Okay, wie komme ich an die jetzt ran? Nein. Oh, ich komme da nicht ran. Komm. Weg mit dir. Jetzt haben wir ja gerade mal wieder ein bisschen Munitionsmangel, aber es ist nicht schlimm, das war jetzt das Sartorial-Level. Gut, nee, da ist es hier nur eine Abkürzung. Boah. Den machen wir auch noch weg. Leck mich doch, ich will da hoch. Und draufjumpen. Einfach draufjumpen. Das ist das Einfachste. Ich will das Item haben. Der Rest ist mir egal. Nachladen. Und Herzen. Herzen, Herzen. Ich glaube, es war voller Herzzahl, aber egal. Geh rein da. Sieht aus wie so ein Darm oder so, ne? Ich verstehe das eh noch nicht so ganz. Ja, ich weiß zwar, dass wir als besten Freund jetzt irgendwie so eine Wahl haben, weil wir anscheinend irgendwie gestrandet sind oder so. Oh, ja. Das war's dann auch. Oh, shit. Ich will die alle weghaben. Oh, nein. Ah. Oh, das ist Munition. Gut, ich habe volle Munition. Egal. Oh, 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 oh. Da muss ich jetzt echt vorsichtig sein. Und euch beide auch weg. Also, das Level hier ist wirklich gut aufgebaut, muss ich sagen. Also, in Form von... Oh, shit. Nein, 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 nein. Alles einsammeln. Wow. So war es nicht gedacht. Und... Die Schnecke. Die hatte was. Was war das? Was war denn das jetzt? Warum kam denn jetzt ein anderer Wurm her? Dong, 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 dong. Auf einmal eine ganz andere Melodie. Das macht mir jetzt gerade wieder mehr Angst. Okay. Ganz geduldig bleiben. Ach, verdammt. Der frisst mich automatisch auf. Ach, schade. Das war anscheinend ein Bonuslevel. Das finde ich gut. Badumsk. Weg ist es. Weg ist es. Weg ist es. Minimalistisch, wie wir es kennen, das Spiel. Und... Oh, nein. Muss ich auffüllen? Und... Und weg mit euch. Jawohl. Na, komm her. Jawohl. Juhu. Oh, shit. Der ist auch weg. Oh, nein. Komm runter. Es läuft, es läuft. Okay, ich fülle mal auf. Weg mit euch. Weg mit dir. Geh hoch. Ha. Boom, baby. Ey, wir kommen wirklich gut durch, Leute. Wir kommen wirklich richtig gut durch. Das muss ich mal jetzt so loswerden. Es könnte alles funktionieren. Oh, 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 oh. Oh, jetzt bekommen wir neue Sachen im Angebot. Was? Haiflosse. Alles normal tauschen. Nichts besonders Großes. Wenn ich da jetzt einen Opfer, dann... Eine andere Waffe. Haiflosse 3. Haiflosse hatten wir doch schon mal, oder? Ich weiß jetzt gerade echt nicht, ob ich die nehmen soll oder die. Aber ich glaube, ich nehme die Haiflosse. Ah. Ah. Ah, das ist... Ah, ich... Na, komm, ich nehme... Nein, 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 nein. Ich nehme doch Nachladen. Ich nehme Nachladen bei dem Boss. Kommt, der erste Boss. Das wissen wir ja schon. Schöne Story. Na, komm. Oh. Nein, 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 nein. Okay, da haben wir sie Das ist einfach dumm von mir Aber egal, wir haben es Wir haben den Boss besiegt, das ist wichtig Das ist ein richtig guter Run Oh, er heilt mich Oh, er heilt mich Und ich habe jetzt einen Totenschädel bei mir Wo ich immer nicht weiß, wofür der ist Hier ist nichts weiter Nö, da ist nichts weiter Da kann ich einfach drüber Okay, es geht in die nächste Etappe Und da hatten wir ja beim letzten Mal festgestellt Äh Dass man da runterfallen kann Und Wow Okay, gut Nach oben Komm nicht hoch Wow Ich habe es geschafft Ich weiß noch nicht wie, aber egal Ich habe es geschafft Jetzt muss ich da hochkommen Und das schaffe ich nicht Ich komme noch nicht hoch Nach da unten sterbe ich, ne War klar Nein Nein Gibt es nicht Nein, das gibt es nicht Das gibt es nicht Das schafft er Aber da schafft er es nicht Ich komme noch nicht hoch Okay Den habe ich geschafft Und da oben Kriege ich einen neuen Kopf Den will ich aber echt mal testen Ah ne Krass Nein Wie dumm von mir Ich habe mich selber in die Luft gejagt Nochmal versuchen Starten wir ab da Oder Das ist jetzt die Frage Wo fangen wir an Bitte nicht beim ersten Level Aber ich glaube es war es schon Ja, es war klar Es war klar Aber ihr habt gesehen Man wird besser Ich hätte es sogar noch weiter hinaus Zögern können Also Beziehungsweise hinaus Zögern ist ein bisschen Doof ausgedrückt Ich hätte noch Das ganze weiter Rauskitzeln können Geil Intelligenz hoch 10 Nein Komm Und Jetzt fahren wir den mal so platt Wow Nein Oh Ich bin so Dumm Komm runter Komm Ja wo ist er denn Ja wo ist er denn Ja Nein Da ist der Trupp Ja da ist er Wow Ich habe ihn Oh Alter Ernsthaft Nein 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 Okay, wo ist mein Kopf Oh, shit. Oh, ich lebe. Und den da. Und... Dichter weg. Juhu. Okay, ich hab's. Aber, Leute, ich hab nur noch ganz wenig Energie. Denk schon so gut wie mein Todesurteil. Ach, das ist... Also, das ist anscheinend ein Kombo. Der ich mir jetzt gerade versaut. Aber egal. Okay, komm. Okay, komm. Komm runter. Komm. Komm. Okay, ich hab viele Items. Oh, und ich verkack's natürlich. Der kommt gleich wieder runter, oder? Und den da mal am Aufblatt. So, jetzt müssen wir hier den da ganz vorsichtig... Komm hoch, komm. Wir nehmen uns jetzt die Geduld. Das heißt, der kommt nicht runter. Jawohl. Durch da. Wir brauchen jetzt mehr Energie irgendwoher. Ich muss jetzt echt den Kopf wechseln. Klingt krass, aber muss ich. Ernsthaft? Ach Gott, muss ich machen. Nee. Ich möchte die Leben behalten. Rein da. Rein da, rein da, rein da. Oh, shit. Na, komm. Okay, komm. Unter damit, komm. Danke. Guck mal, wie viele zusätzliche Sachen ich da hab. Wie krass ist das? Ah, gut. Wir versuchen den Rein jetzt hier noch irgendwie zu vervollständigen. Ich weiß echt noch nicht, wofür das da ist. Hm. Aber okay, mal gucken, wie das Level jetzt wird. Oh nein, da ist wieder so einer. Nein, 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 nein. So. Okay. Zweite Etage. Egal. Egal, wie ich aber geschafft. Zweite Etage. Das ist mir wirklich erstmal... Oh nein. Oh nein, da wäre eine schöne andere Waffe gewesen. Warte. Es geht genau auf. Okay. Okay, es geht genau auf. Aber ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Oh nein. Boah. Hier nehme ich. Boah. Nein, 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 nein. Boah. Es war jetzt einfach... Der hat mich nur noch verfolgt. Verdammt. Egal. Highscore 864. Ich hoffe, ihr überbietet ihn. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Troodrein. Tschö, tschö. Tschö. Tschö.